ha hallo und willkommen zu einer neuen folge micro falling mit mir hier crafter a.k.a. max a.k.a. mit der liebe hallo hallo ich sehe dich da hinten du läufst da rum leute ich bin jetzt nach hause und habe erstmal kisten gemacht und habe easy ein geschenk gemacht ich habe solche leucht dinge und jetzt du wirst immer so schnell krank hast mir erzählt werde ich hast du mir doch erzählt oder du wirst immer so schnell krank wenn du keine schuhe an hast na ja ich dann hier bitteschön mach dich fein steht jetzt ja ach so das hier auf dem schild ich dachte du meinst schön was man um macht habe ich kohle rote led in minecraft jungs rote led in minecraft oh mein gott es funktioniert ich habe einfach es gibt led lichter in minecraft jetzt das kenne ich doch das habe ich schon mal sehen das sieht ja voll nice aus auf der seite sieht es halt wild aus einfach leds in minecraft jetzt das ist ja übelst na ich feier es gerade richtig leute easy ist gerade glücklich weil man die schilder zum leuchten bringen kann das ist so cool das ist illegal in minecraft das ist so cool weil es illegal ist ja ach so du liebst hast du hast du ein leder warte ich gucke ich glaube aber nicht als ob ich habe einen leder ich habe einen lama gekillt spuckt mich nicht das andere spuckt mich jetzt nicht an perfekt danke lami das eine ist mein batman ich habe in jedem projekt schwöre auf jedes projekt habe ich ein lama und das heißt batman also ich bin batman heißt es dann einfach so ich habe mein neues leuchtrahmen gucke komm schnell wir sind doch gut auf die neueste version aber ich hätte gerne das komplette update gehabt das war eigentlich war es ein ganz großes geplant caves und cliffs update ach so ja true aber es kommt dann erst wann nächsten update dezember november ne weihnachtsferien dezember ach mein das ist voll lange guck mich an und dann kannst du rumschreiben wenn du aufnimmst ich habe gehört wir machen dann wenn das nächste update kommt dann das 1.18 falling update projekte ich habe ich habe maschinen ich habe auch eine maschine für dich eine maschine eine maschine einen schleifstein ich bin eine maschine ein schleifstein bitte hab ich noch irgendwas ne ich habe noch so ein komposter was ich noch hinstellen kann wegen meinem beet stell dir mal irgendwo irgendwo zum beet habe ich nice ja und da habe ich noch irgendwas ja obsidian sechs stück und das war es eigentlich ja und ein pferderüstung oder wie macht man schleifstein nicht diesen diesen rad durch ich weiß gar nicht wie es heißt dieses rad ja was du da drüben hast ach so diese steinsäge ja wie macht man die ühhhhh warte ähh jezz warte kurz ich- ich gucke gerad warte mal beck ich sehe es gerad echt nicht oh da muss ich am großen ding horgen warte kurz warte kurz warte kurz warte kurz warte kurz warte kurz ich kann ahhhh Ähm, das macht man tatsächlich, ja. Tatsächlich. Warte. Hä, wo ist das? Warte, ich geb's einfach mal oben ein. Hä? Warte, sonst guck ich auch mal. Ich guck auch die ganze Zeit, also. Warte, wie heißt das nochmal? Ich glaube Steinsäge. Oh, hier gibt's, man kann sogar ne Kerze machen, seit wann ditte. Hm, auch, das ist richtig cool. Ne, also ich find's grad nicht. Wie heißt denn das? Jetzt muss ich nochmal gucken. Hm, mit... Steinsäge, ja. Einfach Steinsäge heißt das. Ja, ja, ich hab's, aber irgendwie krieg ich das hier grad nicht raus. Hm, keine Ahnung. Ah, doch. Das macht keinen Sinn. Okay, Leute, wir müssen das Haus weiterbauen, solange Izzy da drüben an ihrem komischen Haus arbeitet. Warte mal, ich muss mal gucken, ob das jetzt so ist. Ich bin ganz so verwirrt. Obwohl das Haus... Ich bin grad anders verwirrt. Ja, das stimmt. Aber das Haus ist grad mal wirklich wild. Hä? Das macht dir grad gar keinen Sinn. Ich bin stolz auf mein Haus. Das wäre gut. Hä? Ohne Witz, ich weiß nicht, wie man das kräftet. Ich bin grad richtig lost. Ich hab's auch nur geklaut. Das steht bei mir auch nicht in der... Hab ich auch geguckt, bei mir auch nicht. ...Dings drin, wie man das macht. Warte, kann ich da jetzt einmal abbauen und gucken, ob dann ein Rezept auftaucht? Kannst du gerne tun. Ich check das grad echt nicht. Kann ja nicht sein. Ich find's halt auch nirgends. Äh... Im Internet. Im Intronet. Wie oldschool bist du denn? Im Internet. Hä? Egal. Ich hab aber was, was du oder ich hast. Und zwar? Ein Amboss. Crazy. Und jetzt mach ich... Ich hab ein... Ein Namensschild. Ich werd den jetzt umbenennen. Okay. Amboss? Oder dein... Dein Lama? Mein... Mein Lami. Ja gut. Ich wollte grad sagen, dein Amboss erstmal unbedingt. Ist okay? Nee. Nee, im Moment nennt sein Amboss. Ja gut. Okay, ich hab's. Gucke. Ja, er ist wieder da. Oh mein Gott. Batman. Leute, das ist das Highlight der Folge heute. Das Highlight der Folge. Batman. Einfach Batman, Alter. Auf jeden Fall, Leute. Ich wollte sagen, was wir letzte Folge angesprochen haben nochmal, Leute. Zwecks... Wenn Izzy die 100 Follower auf Twitch schafft, machen wir einen 10 Stunden Stream. 10 Stunden? 10 Stunden. Und bei 200 treffen wir uns und machen einen 12 Stunden Stream. Das ist dicke drin. Bei der hast du mehr Dings da zum Wachhalten. Und dann werden wir nie wieder was miteinander zu tun haben. Hören auf und ihr werdet nie wieder was von uns hören. Spaß. Aber das ist das Ziel. 100 10 Stunden Stream und 200 Treffen und Stream. Also Leute, ihr habt Zeit bis, weiß ich nicht, ich würde sagen, endet das Jahr aus. Yes, auf jetzt, auf jetzt. Und wenn ihr es bis dahin geschafft habt, dann kommt das. Und Izzy wird sich keine Mühe scheuen, noch mehr zu streamen, Kappa. Wenn sie die Zeit hat. Wenn sie ihre Zeit hat. Aber sie kriegt das hin. Sie ist halt easy. Und sie hat Neonlichter. Die kann gar nicht verlieren. Ich muss mir eins klauen. Hey. Was denn? Habt ihr es gehört? Was habe ich gemacht? Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Ich habe gar nichts gemacht. Also Leute, seid ihr dabei? Auf geht's. Ich hoffe, ich weiß, die Folge war kurz. Aber jetzt wisst ihr wieder alles. In dem Sinne, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst ein Like da. Abonniert, wenn ihr es noch nicht getan habt. Aktiviert die Glocke. Wenn ihr keinem was Video verpasst. Schaut bei Izzy vorbei. Da ist Stream unten verlinkt. Und lasst ein Follower da. Ihr wisst Bescheid, warum. In dem Sinne, haut drin. Bis dann und ciao. Leute. Ciao, ciao, ciao.